Schimpansen Lena war ein neugieriges Mädchen, das gerne die Welt entdeckte. Eines Tages ging sie mit ihrer Familie in den Zoo, um die Tiere zu sehen. Sie war besonders fasziniert von den Schimpansen, die lustig herumtollten und miteinander spielten. Sie wollte mehr über sie erfahren und fragte ihre Mutter, ob sie ihnen näher kommen könnte. Ihre Mutter erlaubte es ihr, aber warnte sie, vorsichtig zu sein und nicht zu nah an den Zaun zu gehen. Lena nährte sich dem Gehege der Schimpansen und sah einen kleinen Schimpansen, der allein in einer Ecke saß. Er sah traurig aus und schaute sehnsüchtig zu den anderen Schimpansen. Lena fühlte sich zu ihm hingezogen und rief ihn leise. Der Schimpanse hob den Kopf und sah sie an. Er schien überrascht zu sein, dass jemand ihn beachtete. Lena lächelte ihn an und streckte ihre Hand aus. Der Schimpanse zögerte kurz, dann kam er langsam näher und berührte ihre Finger mit seiner Pfote. Lena spürte eine Wärme in ihrem Herzen und sagte, »Hallo, wie heißt du?« Der Schimpanse antwortete nicht mit Worten, sondern machte ein leises Geräusch. Lena verstand ihn nicht, aber sie fand es süß. Sie sagte, »Ich heiße Lena.« »Willst du mein Freund sein?« Der Schimpanse nickte und machte ein glückliches Geräusch. Lena freute sich und sagte, »Dann nenne ich dich Beni.« »Das ist ein schöner Name für dich.« Beni war glücklich, dass er eine neue Freundin gefunden hatte. Er zeigte ihr seine Lieblingsspielzeuge und seine Lieblingsfrüchte. Er teilte alles mit ihr und Lena tat es ihm gleich. Sie lachten und spielten zusammen und vergaßen die Zeit. Sie verstanden sich ohne Worte, denn sie spürten eine besondere Verbindung. Die anderen Schimpansen beobachteten die beiden neugierig und verwundert. Sie hatten noch nie ein Menschenkind so nah bei ihnen gesehen. Sie fragten sich, was Beni mit ihr machte und ob sie ihm etwas antun würde. Sie beschlossen, ihn in Ruhe zu lassen, solange er glücklich war. Lena vergaß auch ihre Familie, die auf sie wartete. Sie war so vertieft in ihre neue Freundschaft, dass sie nicht merkte, wie die Sonne unterging und der Zoo schloss. Erst als sie eine Stimme rief, »Lena, wo bist du?«, wurde sie aufmerksam. Sie erkannte die Stimme ihrer Mutter und erschrak. Sie hatte ganz vergessen, dass sie nach Hause mussten. Sie sagte zu Beni, »Oh nein, ich muss gehen.« »Meine Mutter sucht mich.« Beni sah sie traurig an und sagte, »Schade.« »Ich werde dich vermissen.« Lena sagte, »Ich dich auch.« »Aber wir sehen uns bald wieder,« versprochen. Sie gab ihm einen Kuss auf die Wange und rannte zu ihrer Mutter. Ihre Mutter war erleichtert, sie zu sehen, aber auch sehr wütend. Sie schimpfte mit ihr, »Wo warst du denn?« »Wir haben uns große Sorgen gemacht.« »Du weißt doch, dass du nicht allein im Zoo herumlaufen darfst.« Lena entschuldigte sich, »Es tut mir leid, Mama.« »Ich habe einen neuen Freund gefunden.« Ihre Mutter fragte, »Einen neuen Freund?« »Wen denn?« Lena sagte, »Einen Schimpansen namens Beni.« »Er ist sehr lieb und lustig.« Ihre Mutter war verblüfft und glaubte ihr nicht. Sie dachte, dass Lena sich das ausgedacht hatte oder geträumt hatte. Sie sagte, »Ein Schimpanse.« »Das ist doch Unsinn.« »Komm jetzt, wir müssen nach Hause.« Lena protestierte, aber es ist wahr. »Er ist mein Freund.« »Ich will ihn wiedersehen.« Ihre Mutter zog sie mit sich und sagte, »Jetzt ist Schluss mit dem Quatsch.«